Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Über 100 Coop-Restaurante gibt es in unserem Land. Sie brauchen also auch unterwegs oder in den Ferien nicht auf die gemütliche Ambiance und die gewohnte Qualität zu verzichten. Besonders beliebt sind die reichhaltigen Coop-Morgen mit ofenfrischen, knusprigen Brötchen und Gipfeln. Die lustige Patisserie wird meistens gerade im Haus und jeden Tag frisch zubereitet. Und die abwechslungsreichen und preiswerten Menüs kochen qualifizierte Fachleute mit Engagement und viel Sorgfalt für Sie. Unter dem Thema, nehmen Sie das Licht, bleiben Sie bei Ihrer Linie, bieten Ihnen Ihr Coop-Restaurant zurzeit vitaminreiche Koste an. Dazu Rivella Blau, das natürliche Getränk mit weniger Kalorien. Und wenn Sie jetzt mitmachen an einem grossen Rivella Blau-Wettbewerb, können Sie Fitnessferien im Tessin und andere tolle Preise gewinnen. Und jetzt achten Sie bitte noch auf die Sonderangebote. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop eine Schachtel noch 10 Stück Schweizer Eier, Klasse A für nur 33. Alle Picanta- und Kressi-Essig sind jetzt 40 Kronen günstiger. Coop Orange und Coop Crepe, 1 Liter statt 85 für nur 65 Kronen. Und noch morgen übermorgen und am Samstag Vollwaschmittel Omo statt 17,90 nur 14,90. Und Gewäbe veredler Teddydus Konzentrat, 1 Liter statt 93 nur 2,90. Auf Wiedersehen! Ich hab. Ich hab. Ich hab. Guten Tag. schluss. Untertitelung. BR 2018